hier in der nähe von diesen versüften bahnhof hier ist irgendwo mcdonald's und anders wie bei uns geht man hier direkt über die gleise rüber genau das hier das ist bahnhof das sind diese portugiesische züge die sehen so aus das stinkt hier schnell hochfahren das ist ein portugiesischer fahrstuhl das knackt hier rum aber wir sind oben wir sind auf dem bahnhof drauf die so wir sind bei meckes angekommen aber ich habe mich für doch was anderes entschieden und zwar für einen portugiesischen döner weil ich halt noch nie einen portugiesischen döner gegessen ich muss sagen das fleisch ist gut aber die anderen sachen kann man auf jeden fall essen aber schon auf jeden fall anders also ein paar pommes haben wir auch bestellt was zu trinken diabetis